Die Mannschaft zeigt gerade den Banner, denn wir machen wirklich mit bei den Fairplay-Aktionswochen. Wir, der F-Bahn aus Berlin, sind auch heuer Teil dieser Aktionswochen. Viel Vielfalt in Fußballinitiative Fairplay. Viele andere Vereine in ganz Österreich stecken in Oktober unter das Motto Solidarität zum Fußball ohne Ausgrenzung. Wir setzen heute deshalb ein Zeichen für Solidarität und sozialen Zusammenhalt. Deshalb sage ich den Namen des Lions als Spieler, als Spielerinnen, als Trainer. Wir, der F-Bahn, 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 wir, der F-Bahn! Wir, der F-Bahn Applaus 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 Vielen Dank.